Der Stunnybunny ist wieder da und ihr wisst ja, Freunde, mein Ziel ist es, alle Spezialskins zu bekommen. Einer fehlt noch, Freunde, und den werden wir uns heute holen. Einer von euch meinte in den Kommentaren, wenn ich es schaffe, drei Siege hintereinander zu holen, Leute, dann kriegen wir diesen Skin angeblich, diesen blauen Ninja. Das werden wir heute probieren. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Let's go! Leute, drei Siege hintereinander soll ich holen, meintet ihr. Boah, und dann soll ich diesen blauen Ninja kriegen. Also, das kann ich mir noch nicht irgendwie so vorstellen, aber ihr wisst ja, ich bin ein guter Stumpygeist-Spieler und deswegen, glaube ich, werden wir das locker schaffen heute. Drei, und ich werde auch nicht verkacken, Leute. Ich werde direkt hier beim ersten Mal direkt losstarten hier und natürlich probieren die besten... Oh, guck mal hier, ich bin direkt vorne mit dabei. Hier rüber, zack, und einmal springen. Und jetzt gibt es Wasserrutsche runter. Juhu, oh Gott, ich werde erster. Let's go, let's go. Leute, wir werden erster, wir werden erster. Ah, oh mein Gott, wie bin ich da reingeflogen? Boah, das ist ein Hack gewesen. Also, Leute, erstes Game schon mal direkt vorne. Juhu, die Wasserrutsche. Oh, da wäre ich safe. Das wird alles einfach, Leute. Das kann ich gut hier. Guck mal hier, aus dem Weg bin ich. Ich muss zur Wasserrutsche und ich kann gleich hier auch einen wegboxen. So, den boxen wir weg. Ah, daneben geboxt. Oh, schade, haben wir ein bisschen Zeit verloren. Aber kein Problem, Leute. Nämlich jetzt geht es einmal nach unten. Und guck mal, das ist deshalb das Ding. Das ist relativ... Oh, ja, das ist... Also, kann man hier überhaupt rausfallen? Ich weiß es gar nicht. Aber gleich zum Ende. Da muss man auf jeden Fall gucken, dass man da richtig springt. Hier, jumpen wir einmal... Oh, oh, fast in den Strudel gekommen. Das hat ein bisschen Zeit gekostet, aber ich hoffe, kein Problem. Und hier nehmen wir nochmal den Boost mit. Und jetzt wird es... Das ist die einzige, sag ich mal, komplizierte Stelle in Anführungsstrichen. Zack, gut durchgekommen. Gut durchgekommen, Leute. Und auch nochmal hier rüber. Ah, nochmal. Ja, okay. Ist alles gut, Freunde. Alles gut, wir sind drinnen. Und sogar relativ früh in das Ziel gesliden. Oh, das ist das Finale. Lavaland? Fall nicht. Äh, Leute, das spiele ich zum ersten Mal. Aber wie soll ich das hier schaffen? Was müssen wir machen? Okay, also wir müssen jetzt hier drauf... Okay, ah. Ah, okay, okay, okay. Wir müssen die Dinger immer wechseln, oder was? Ah, die gehen immer weiter unten. Und man muss da auf die Sprüche raufgehen. Jetzt verstehe ich das. Okay, das ist ja relativ einfach. Aber ich kann hier doch die Leute runterboxen, oder? Guck mal, ich boxe jetzt einfach einen runter. Wartet mal. Wartet mal, hier rauf, Leute. Und jetzt boxe ich den hier runter. Ah, der ist runter eingefallen. Wie unfair. Guck mal, Leute. Den kann ich auch boxen, theoretisch. Wenn er jetzt hier raufkommt. Komm. Ah, komm hier. Guck mal, den boxe ich runter. Zack. Und der fällt runter. Hey, das ist ja voll einfach. Die haben ja gar keine Chance, die kleinen Babys. So, hier rüber einmal. Zack. Den boxen wir runter. Der fliegt auch runter. Der ist vorbei. Jetzt hier rüber. Ey, das ist ja so unfair. Und den als nächstes. Den hauen wir hier einmal. Guck mal, der kann nichts machen. Leute, der ist wieder runtergefallen. Komm her. Trau dich. Guck mal, der traut sich nicht mal mehr zu mir zu kommen. Ja, komm doch her. Oh, oh. Und der ist in die Lava gefallen. Leute, das ist die erste Runde, die wir gewonnen haben. Jetzt müssen wir nur noch zwei Runden hintereinander gewinnen. Und dann sollen wir angeblich diesen blauen Samurai bekommen. Zeit für den zweiten Win. Das Game hier, Leute, das ist ganz easy. Also ich glaube sogar, das werde ich als erster abschließen. Zack. Guck mal, hier machen wir einmal den Super Jump. Und nochmal den Super Jump. Und natürlich das dritte Mal. Hier müssen wir einfach nur ein bisschen abwarten. Und ich habe natürlich das beste Timing, dass wir hier ganz einfach durchrennen können. Ah, hier kurz warten. Ja, hier. Man dürfe immer nicht zu voreilig sein. Und jetzt natürlich durch die Mitte. Durch die Mitte. Durch die Mitte. Und ich bin wieder der Erste. Oh, guck. Na, hä, ich bin nicht der Erste. Dafür kriegst du ein Box. Zack. Wir sind drin. Leute, hier kommen die zu 100% weiter. Ihr kennt's. Also das ist ja wirklich, guck mal hier. Das Game, das, 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 äh, der ist eine. Hä, wieso springen die dann alle schon rein in die Laser? Guck mal, der wird. Ah, nein, ich habe da den. Ey. Oh mein Gott. Habt ihr das gesehen? Wer hat mich da geboxt? Alter, wie unfair ist das denn? Ich glaube, das war der hier gewesen. Der mit der grünen Cappy hat mich geboxt. Das gibt Rache jetzt. Okay, Finale. Der mit der grünen Cappy ist direkt neben mir. Okay, ich werde den jetzt auch gleich boxen, sage ich nicht ehrlich, Leute. Der scheint wohl ein bisschen besser zu sein. Und der, ah, okay, guck mal hier. Der kann ja gar nichts. Der kann ja gar nichts. Ah, ich muss das jetzt unbedingt gewinnen, Leute. Das wäre mein zweiter Win. Oh, die sind gut hier vor mir. Der eine jumpst. Ich weiß nicht, ob das mit diesem Vorjumpen immer so gut ist. Ah, ja, 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 ja. Oh Gott. Oh Gott. Wir sind, wir sind Erster. Weg. Ich habe ihn weggeboxt, Leute. Ich muss das machen. Ja, ja, ich glaube, dieses Vorjumpen, das bringt was. Ah, der Ball ist gut. Ja. Ja, wir haben es. Wir haben es, Leute. Zweite Runde. Erster. Stanibani hat es geschafft. Zweites Game gewonnen. Jetzt noch ein Win, dann haben wir drei Wins hintereinander. Und dann bin ich gespannt, was passiert. Alle guten Dinge sind ja drei. Und deswegen muss ich ja drei Siege holen. Und, oh, ich habe vergessen, loszulaufen. Das ist ja gar nicht so schlimm. Gut. Aber hier einfach eigentlich durch die Mitte rüberspringen. Und dann einfach immer jumpen. So, guck mal hier, Leute. Geht eigentlich relativ easy. Ja, wir sind halt als letztes gestartet. Das ist ein bisschen unfair. Ich glaube nicht, dass wir in der Runde noch den ersten Platz holen. Hier einmal rüber. Schön. Oh, doch. Ah, okay. Ja, ich bin... Ah, was macht... Aua, was macht der mit... Aua. Hey, was macht der mit mir? Das kann doch nicht wahr sein. So, zack, hier in die Mitte. Hier einmal rüber. Und das hier. Guck mal, Leute. Hä? Hä? Warte mal. Schaffen wir vielleicht noch den ersten? Was? Wir schaffen den ersten sogar. Und den haue ich weg. Ah, wir haben den ersten geschafft. Let's go. Weiter geht's mit Floorflip. Das Spiel, sage ich euch ehrlich, da muss man nur zum... Oh, ja, ja, ja. Man muss zum Anfang extrem schnell sein. Dann kommt die hier nämlich richtig gut voran. So, schnell springen. Hier immer schön springen, Leute. Dann ist man nämlich ein bisschen schneller als die anderen. Und wir sind erster. Ne, 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 Kollege. Schön hinten anstellen. Das kann ja nicht wahr sein hier. Ah. Rüber. Oh, wir sind erster. Nein. Oh, Glück gehabt. Glück gehabt. Und hier nochmal schnell raufspringen. Hier nochmal springen. Hier rauf. Und... Zackig, Leute. Das müssen wir jetzt aber nur gucken. Hier, wir müssen da... Oh, schnell, schnell, schnell. Das hier oben hoch. Und ja. Guckt mal, Leute, was wir für einen Vorsprung haben zwischen den anderen. Boah. Die kommen ja gar nicht rein. Da kann ich hier sogar noch einen Boxer hauen. Haut rein. Das große Finale, Leute. Der Mondlauf. Das kann ich relativ gut. Weil hier gibt es auch ein paar Abkürzungen, die man nehmen kann. Und man dürft einfach nur nicht... Zack. Ihr seht's, Leute. Man muss sich schön Zeit lassen. Und dann ist man hier auch locker erster. Und ihr seht, ich bin auch erster. Und das heißt, wir haben gleich drei Siege in Folge. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. So, schnell rüber hier. Ah. Weil sonst holen wir uns die Steine von dem Saturn hier. Die schmeißen euch nämlich manchmal auch runter. Und... Ey, Leute. Bin ich zu gut in Folge... Ein Stumblegeist eigentlich schon Stumblegeist? Oder sind die anderen zu schlecht? Weil das kann doch nicht sein, dass wir hier so einfach durchkommen. Hä? Guck mal. Wo sind die anderen? Ich drehe mich gleich mal um. Ich will nur... Leute, ihr wisst, drei Siege in Folge. Das ist gar nicht so einfach. Deswegen... Wir müssen gleich mal gucken hier. Zack. Wo sind die anderen? Oh, wo ist die? Oh, das... Das... Guck mal hier. Leute. Das ist sogar direkt hier das Finish. Ey. Guck mal. Was wir für einen Vorsprung haben. Was? Hä? Da mache ich sogar noch mal einen Breakdance. Ey. Oh, oh. Da kommt einer. Da kommt einer. Oh, rein, rein, rein. Ja. Drei Wings sind voll gut. Jetzt. Was passiert jetzt? Kriegen wir jetzt die Special Skin? So, wir haben gewonnen. Und jetzt ziehe ich mal eine Runde. Ja, wie gesagt, Leute. Macht das auf jeden Fall nicht zu Hause nach mit diesem ganzen hier. Mit diesem Glücksrad und so. Das kostet alles so viel Geld. Und man braucht ja im Endeffekt nur Glück. Und ja, ich weiß nicht, Leute. Also, als ob wir jetzt die Special Skin kriegen. Wie gesagt, es kostet so viel Geld, Leute. Gibt auf jeden Fall euer Taschengeld nicht dafür aus. Kauft euch lieber davon ein Eis oder so. Aber sowas alles in ein Spiel reinzuhauen, würde ich euch nicht empfehlen. Wie gesagt, ihr könnt ja gerne bei mir hier gucken, Leute. Wenn ich hier ein bisschen was kaufe. Aber ihr solltet das auf jeden Fall nicht machen. So, Leute. Jetzt, wie gesagt, den blauen Ninja brauche ich noch. Den hätten wir. Alle epischen habe ich schon. Alle legendären habe ich schon. Wir sind dann durch, glaube ich. Der eine Special fehlt halt noch. Komm. Drückt uns die Daumen. Ich habe gehört, dass sogar einige Leute Supplikatspezial Skin bekommen haben. Überleg mal, wie viel Pech man haben muss. Das ist echt... Da muss man so viel Pech haben. Komm, ich habe doch jetzt drei Runden gewonnen. Ich habe doch drei Runden... Ja! Nein! Nein, 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 nein. Da war der doch gerade... Da war er doch gerade in den Nia gewesen. Ja. Nächster. Ich habe doch jetzt hier... Bitte, bitte, bitte drückt mir die Daumen, bitte. Ach, Leute. Nein! Ey, was? Nicht mal... Ey, wir haben ja auch einen legendären, aber wir hatten ja absolut Pech gehabt. Ich mache jetzt nochmal hier. Ich brauche diesen einen legendären... Ich brauche noch diesen einen Spezial-Spitz, ne? Oh, den habe ich doch schon zehnmal bekommen, Junge. Ich brauche den blauen Ninja, blauer Nia! Warum? Du hältst doch nur eins... Da ist er schon wieder. Ich glaube, der kommt gleich. Ich glaube, der kommt gleich. Das Glücksrad war gerade zweimal in der Nähe gewesen. Äh, nee. Bitte täusch nicht an. Bei blauen Ninja, halt. Och, Mann. Ich will meinen Z-Fool haben. Bald kommt ja auch eine neue Season raus. Da bin ich auch gespannt, was wir da für neue Skins bekommen. Das wird bestimmt auch richtig wild. Ich glaube, die neue Season müsste ja, glaube ich, in einer Woche oder so rauskommen. Leute, wie oft soll ich denn den noch ziehen? Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe ja bald diesen Skelett-Fool. Ja, den Roboter habe ich auch schon zehnmal. Brauche ich auch nicht mehr. Alle Legendären habe ich durch. Ich brauche... Oh, 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 oh. Ja, Weihnachtsmann habe ich auch schon zehnmal. Super. Du hast doch gerade schon den Ninja zweimal gezeigt. Dann mach doch einmal Pause. Nee. Zweimal den legendären... Den gleichen legendären gezogen. Wie viel Pech kann man haben? Und, 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 und. Nix. Ich gucke jetzt gar nicht mehr hin. Ich gucke jetzt... Ich gucke jetzt nur noch mit einem Auge. Vielleicht hilft das. Nee. Ich habe schon gesehen, wo der blaue Ninja vorbei ist. Der sieht halt auch mit am coolsten aus, weil er diese blauen Blitze hat. Der, der Grüne hat halt so ein Glitzern, so ein Funkeln. Und der Ninja hat halt so Blitze, die ich halt so cool finde. Oh. Als ob ich jetzt den Drachen doppelt bekommen hätte. Der hätte ich geheult. Ich dürfe kein... Oh, 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 oh. Super, den habe ich aber schon. Den habe ich doch schon. Na, 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 na. Ja, ja. Warum tut der mir das an? Warum tut der mir das an? Ich heule gleich. Ich heule. Kann nicht wahr sein. Komm, Hetze. Oh, nicht den Drachen. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt reicht es mir aber, Leute. Jetzt muss doch mal langsam einer kommen. Da ist er schon wieder, der blaue Ninja. Der weiß doch, der will zu mir. Der will zu mir nach Hause. Ich spüre es. Ah, nee. Nee, 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 nee. Komm. Nee. Das muss er sein. Das muss er sein. Das muss er sein. Nee. Nee. Das war es wieder, Leute. Als ob ich jetzt noch mal ein Spezial-Skin ziehe. Das dauert doch jetzt wieder 20 Jahre. Ach, nein. Das gibt es doch gar nicht. Den Drachen. Ach, den habe ich doch schon. Und der ist so selten. Ich hätte gerne, dass irgendein anderer den Drache bekommt und nicht ich. Oh, mein Gott. Ich hätte gedacht, wir kriegen jetzt noch mal ein Spezial-Skin, den wir schon haben. Also, das wäre ja zu lustig gewesen. Und. Ach, Mann. Ja, ein Spezial-Skin, Leute. Dafür kriegen wir aber 700 Points hier. Zurück nochmal. Das letzte Mal, Leute. Das letzte Mal. Was ist das? Warum? Warum geht hier eigentlich weiter? Bleib doch stehen. Bleib doch bitte stehen. Ich sage jetzt, wann er stehen sein. Und, 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 und. Den Grün brauche ich auch nicht mehr. Und ich sage mal Stopp, Leute. Ich sage mal Stopp. Ich sage mal Stopp. Und. Nee. Das ist nicht mehr in der Nähe. Das ist das Ding. Nicht mehr in der Nähe. Und. Nicht mehr in der Nähe. Ich heule gleich. Zeige die mir. Ja, da war er jetzt gerade Stopp machen müssen. Auch schon. Aber gut. Legendäre Ausbeutung ist hier mal wieder. Superpower. Ja. Nein. Ey, Leute. Jetzt, ob ich zweimal den Drachen hintereinander gezogen hätte. Das wäre ja auch wieder Katastrophe gewesen. Oh, nee. Bitte, 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 bitte. Das habe ich alles. Das war's, Leute. Ey, ihr müsst mir mehr die Daumen drücken und ein Like und ein Abo dalassen, Leute. Das war's gewesen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Tschö, bitte.